Ein Ford S-Max mit Tageszulassung steht hier zum Verkauf. Der silberne Van ist 5-türig, bietet Platz für 5 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Van verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, Navigationssystem, ESP, Bordcomputer und vieles mehr. Das 6-Gang-Automatikgetriebe überträgt eine Leistung von 163 PS. Auf 100 Kilometern liegt der angegebene Verbrauch des Diesel bei 5,7 Litern. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 27.870 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Ködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Preis Bester Preis Vielen Dank.